mit salzwasser für nö, ich will aber kein salzwasser trinken warte mal, die pfeile können doch nicht erstmal wieder rein ins lager? ich könnte auch mal mit tasche mal, ja reis, zwiebeln und jeder nimmt mal eine medikament mit, das wäre cool oder vielleicht sogar zwei, na wenn überall kugelfische sind, wäre ein vorteil zwiebeln, bohnen, sauerkraut, ich arbeite gerade in einem experimentellen Wasserantrieb sauerstoff, dort wo ich hingehe, brauche ich keinen sauerstoff sauerstoff braucht mich so, müssen wir jetzt wirklich schon tauchen? ich würde sagen, ich glaube ansonsten blieb nichts mehr übrig jetzt ok na dann dann, war schön, euch gekannt zu haben Bill? freiwillige Form? äh, wir müssen, ich muss erstmal meine Taschen leeren, weil ich sie ziemlich freuen ja, ich nehme sie auch erstmal noch ich habe den Lut bei mir als Glücksbringer, das mache ich immer so, das ist gut gut, dann nehme ich halt, um Bellator zu beruhigen, eine halbe Salbe mit aber nur eine halbe ich derjenige, der sowas ja noch nie gebraucht hat, ich würde sowas ja nie brauchen bäume ist vorwärts si er die runde panther geschämen hat, dass er nicht mehr lange da ist genau bin ich nicht mehr lange da, ich bin nicht mehr lange da, ich bin nicht mehr lange da, ich bin nicht mehr da ich brauche noch eine taucherflasche und eine flosse für reserve braucht jemand einen sperr ich warte jetzt hier bis ihr kommt die taschen sind gefüllt und mein bäuchlein auch das kann losgehen soll ich noch den roten teppich ausrollen tiere hier noch bewirtschaften sonst wird das nix die streiken sonst ok sei es gut kann losgehen ja ich bin weil unser wie man halt warten muss wo hatten wir eigentlich die taucher ausrüstung in der kiste über den also da wo die haiköpfe und sonstigen kramel drin ist ganz links außen hahnperz gibt es wir müssen einen metalldetektor bauen ja stimmt ich glaube der müsste man bauen ja ich glaube dass du ja genau da ist den und eine schaufel um da was aufzudecken wo haben wir den schon als ich bin gerade mal am gucken haben wir den metalldetektor schon jetzt ich glaub ich ja ich glaube das rezept bekommen wir erst noch glaube ich dann später ja das ist das wie man den bauen kann die anleitung ist er noch auf dem boot oder wo seid ihr gerade ich bin gerade auf dem boot noch ja moment ich muss noch gerade ein paar sachen weil ich habe gerade so viel trash noch den ich loswerden muss und jetzt ist da endlich mal wieder platz so okay wir können mal los gehen wir wollten ja jetzt richtung tauchgang also müssten wir ich glaube man könnte sogar hier unten lang schwimmen mehr oder minder zu dem tauchding das ist der kürzeste weg ich hoffe dass dass man das nicht aktiv benutzen musste irgendwie dass das funktioniert aber ich hoffe mal was kannst du nicht benutzen im moment zumindest dass es so funktioniert hat muss man nicht der batterie reinlegen vielleicht nicht glaube nicht aber es gab hier glaube ich wirklich einige sachen aber das wollte ich gerade sagen geplatzt wo weiter geht es wusste hier ist luftblase hier ist da kommen ja hier kann man einen um aufzutanken gedacht sagt oh mein gott das gefällt das ist gut das ist schrott moment ja genau jetzt schrott und viele andere sachen also gibt es eine menge zum guten auch die alten fässer darfst aber nicht mit dem volk das geiste ist wenn die sonst und puffer in die luftblase rein folgt nein 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 ich brauche langsam luft hier ja das heißt einfach mal mit dem schlauch folgen der komponierter geht es hier tief rein oh dieses andere hier kommt man sehr tief und auch ich habe eisen gefunden auch mitnehmen das ist ja auch nicht gut ist es nur kupfer hast du das alles nicht schon mitgenommen das ist schon okay schon zurück schwimmen was ist da da so ein buch für mich für das team zweiten punkt das war das war das war jetzt wirklich so ich bin doch nicht mal herangekommen ich sie sie denkt mir nur so ach du scheiße sind ja viele puffer kommt nur so ein arm von hinten ist auch wieder ein puffer auch zwei kommen entgegen das krank sind zwei stück und der letzte teil von der teilrutsche sehr schön auch da wo sind die puffer ist einer ist da und da ist noch einer ich muss mal kurz atmen gehen diese insel ist mehr zu erkunden als bei allen anderen zusammen irgendwie habe ich das gefühl ist insgesamt größer aber diese insel hat einfach mehr zu bieten auf den auf die fläche die sie hat das finde ich viel besser und das auch viele abwechslung das unter wasser du hast ist die kletterpassagen das ist gut dann auch die metallinie klausur gefunden ich habe mich ja so gefunden mit haufen metallsachen drin interessant und anders wird vor allem auch die koppelstadt später die kommt auch jetzt war ja jetzt macht es wieder spaß weil das habe ich noch gar nicht gesehen komme ich jetzt dann dahinten nach oben ich jetzt hier entlang schwimmen also das ist der tiefste punkt jetzt sicher jahre ist der tiefste punkt gewesen wir haben auch schon ein teil der seilrutsche gefunden das letzte teil und der metalldetektor heißt also dass es jetzt auftauchen oder wir können doch das sagt ja locker locker lang das nicht vergessen war das noch ein puff da ist noch da ist noch ein moment da kommt nach oben acht grün oder insel herum sind jede menge von den pfund das ist sogar noch den hohen vorteil okay dann hätten wir jetzt können wir eigentlich nach oben gehen wieder zu dieser lustigen station eigentlich wir haben jetzt und da wir die drei hat können wir auch bald das batterieladegerät bauen womit wir dann effektiv ja hier überdrehen aufladen könntest du schon ein oder war ja was stimmt kommt mir wieder hoch naja folge zu folgen okay und kamen wo ist richtig nach wahrscheinlich dem richtigen burg und dann hey ich dachte man kommt auch direkt auf das ist jetzt die krankenstation moment ich glaube ok ja jetzt haben wir alle vier teile einer seil rutsch jetzt müssen wir hier oben bei dem ding wo man es geht ihr jetzt hoch oder geht ihr zu bock wieder ich bin jetzt ich bin jetzt bei diesen turm in der mitte obendrauf geklettert wieder hierbei der turm ganz in der mitte dafür genau darüber zusammenbauen konnte rutsche die seile ich bin auf dem weg könnte nur eine halbe stunde moment dann haben wir noch ein bisschen was vor uns weil wir müssen mit dem zeitdetektor können wir es ein paar sachen aufdecken hier und da gibt es ja noch schweine die wir erledigen können und nein sieht man erst mal die flossen ein bisschen ein bisschen ein klaster auseinander geschnitten ist da jemand auf mich ich habe metallpfeile hatte ich bin übel sporsam und macht mir solche steinfeile und die macht euch metallpfeile ich habe steinfeile so ein speer genau hier können wir jetzt die seilrutsche zusammenbauen so und jetzt müssen wir noch runter und joshi machst du mit oder ich bin doch drin das kann man in der mitte sieht man so ein prototypen gebauten von der von der rakete die abgeschossen wurde total professionell professionelles model oh mein gott wie hast du es aktiviert das kannst du jetzt direkt sobald du es reingezogen hast das kannst du es einfach oh alter er drückt die eh unten das macht die reingelassen ah ja das ist ja cool du musst es vorher anlegen die seilrutsche du kannst die anlegen wie eine anlegen alles klar anlegen an das quer oh mein gott es geht so halt hin und zurück geht das nicht ganz ich glaube da reicht der schwung nicht können wir den schweinchen einfangen oder muss man den töten das sind infizierte schweine ich glaube nicht dass man die infizierte schweinchen natürlich korona mal die ist hier doch richtig schön saftig jünger siehst du mit dir gut in echt lecker aus und den ernten ja klar infizierte steuer kommen ja nun eben aus und fleisch soweit hat das spiel gedacht mit so viel honig gegessen ja das muss es gewesen sein anscheinend ich glaube hier gab es auch ziemlich viel zu detektieren wir brauchen sogar batterie dazu also aber ich weiß nur wo oder muss man den ersten forschen kann das auch sein das ist automatisch bei mir aussortiert worden ich glaube das hier ist doch auch so ein provisorisches lazarett und hier hat man glaube ich auch halse halten gefunden wenn ich mich recht erinnere das ist jetzt der hauptloot quasi da müssen wir jetzt noch zum major gebäude und das coole ist ab jetzt ab jetzt beziehungsweise vorher könnte man ja auch schon finden es gibt auch so karaventown inseln also es gibt jetzt auch inseln wie diese hier die variant empfangen können die ebenfalls diese infizierten schweine drauf haben und mit seilrutschen und mit seilrutschen nur erreichbar sind und wenn man diese seilrutschen nicht hat kann man diese insel noch gar nicht richtig erkunden die es dann hier dann auftauchen hat das ist cool okay cool interessant hier ist ein schaufelsymbol ja gut ich habe immer noch keine schaufel die sache ist die man bekommt man es gibt auch ein neues erz im spiel um sachen zu bauen später wichtige und das findest du nur über diesen metalldetektor was buddeln oder in der letzten stadt glaube ich ich weiß gar nicht mehr was damit machen wollen was irgendwas wichtiges war es ich glaube diese bildung und andere sachen die seilrutschen werden wir in der kuppelstadt dann auch wieder verwenden können das wird lustig da gibt es einige rätsel da müssen wir hin zum major gebäude genau die abkürzung geht dann sogar wieder zurück zurück wir kriegen auch baupläne dass wir selbst solche seilrutschen bauen können da können wir welche auf der burg dann quasi von turm zu tun es gibt nur ein leider und jetzt kann man kann an treibstoffrohre angeschlossen werden joshua abgelenkt ich habe dafür was anderes gefunden zum looten und hier haben wir noch die truhe genau das ist aufgemacht du heilige hey ich glaube alle notizen gefunden netter hut by the way danke was steht da noch achten genau tankerrohr hieß es jetzt können wir die kuppel stadt erreichen letzte stadt oder danke wo ist jetzt die letzte stadt ich weiß nicht ob es dann doch mal ich glaube es soll dann bestimmt noch ein weiteres update geben aber zuckerrohr ist aber tankerrohr wird lange dauern also locker doppelt bis dran bis so lange die karaventown also das ist aber für mehrere glaube ich ich merke es schon wie es sich hier in die länge zieht so langsam aber sicher also ist schlecht also tankerrohr hat jede menge content muss man sagen es dauert lange bis du die ganze stadt voller kunden hast das ist hat wirklich die ganze stadt und die meisten gebäude sind auch betretbar interessant da ist noch genau da hast du mich nur geschubst hast du fein gemacht nur weil du den luther wollte ist eine kabel ich gute ich grabe hier aus ich grabe die leichen aus die andere kamen stimmt metalldetektor bräuchten jetzt noch da können wir mal gucken ob wir eben schnell in der burg machen können weil jetzt wirklich noch einige sachen zum zum ausprobieren sonst haben wir hier alles oder was sonst glaub ich jetzt nicht mehr aber ich glaube der rest von uns jetzt müsste das ding ab ja dieser rutsche eigentlich nicht doch 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 drückwärter siehst du dass ich weniger wird okay ich dachte eigentlich dass die ewig hier hält okay metalldetektor und stoff und batterie bbb theory hat ich muss mein ganzes fressen mal los werden ich bin ja aber auch gerade noch so hier wieder angekommen ich bin jetzt schon ich hoffe ich kann mir einfach hinsetzen ja während kopf wie sage ich im bären kopf haben wir einen bären erlegt eigentlich nicht oder ich habe so viel schrott und holz massen weißer holz holzer jetzt wir brauchen leute fackeln und ende überall wo fenster sind oder jede etage in so eine burg muss fackel rein ja ich glaube wirklich dann können wir auch mal bei zeiten arbeiten dass es mal richtig ausgeleuchtet ist wäre schon nice ja ich brauche holz oh 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 da ist es holz haben wir jetzt eigentlich mittlerweile genug ja ich weiß aber ich hab nix bei mir das war ein problem äh boh wollte ich mal metalldetektor okay was wir brauchen ist ein mit dem metalldetektor und anderen mit einer schaufel die müssen dann im team zusammenarbeiten okay du kannst auch alles alleine machen aber es ist einfacher wenn wir uns auf zwei leute aufteilt ja gut joshi macht das mal leute ich kann mal zwei zwei teams machen zwei metalldetektoren und zwei schaufeln können wir machen ja dann müssen wir bloß noch einen metalldetektor bauen irgendwann ich schau mal eben aber ich glaube ich hab den noch nie so richtig verwendet ich war meistens mal der schaufler naja ich glaube ich war schon wie es geht links klick gedrückt halten oh hier blut ja ich ja warte 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 das ist ein neues lieblingsgerät metalldetektor so auf die kiste auf dem boot gehalten oh ich glaub da ist du drin dann fängst du also beim boot rum zu schaufeln bei unserem hausboot den holzbooten raus zu reißen da muss was sein wo ist denn josh schnägel berüchtig ich bin ich komme ach wo ist jetzt der bär michel hin also generell wo sand ist einfach suchen ja auch zwei ja ich verstehe auch schon in den inseln wir müssen nicht mehr losgehen und hin es wird mehr aber hast du noch ein schaufel gut finden oder muss ich einst mehr ich hab leider keine schaufeln mehr kann das unter wasser sein weil hier unter wasser wird es grad mehr eigentlich nicht das ist immer an land nachher ja jetzt weniger es wird ich bin verwirrt jetzt wieder hoch ab hier warte hoffe ich zumindest hinter die fehlt eine flasche zum nachfüllen und wir können so metalldetektor ist fertig sehr gut auch für die alle punkte aufgefüllt sein bei dem metalldetektor ok dann gehen wir auch mal los ist ganz heiß bist du so was ich bin schon da ok warte hier ganz heiß die stelle mit du neune ach du heilige ok hier ist wieder alles kalt ich bin ich bin auf los hop hop finde was schnell hier war glaube ich auch nichts ich glaube wir müssen hier hinten wird es wieder irgendwo da hinten ist es heiß sehr 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 schnell mit den schweinen oder seid ihr bei der wo waren wir gerade kamen das war die stelle mit der rakete ah die stelle mit der rakete ok da waren da waren wirklich viele sachen es könnte gut sein dass bei den schweinen noch was ist wir müssen ich glaube da warte mal da müssen wir wieder zur seil rutschen wie kommen wir denn ach gott ah warte wir müssen genau hier genau genau es tut mir leid das hier sagen zu müssen aber hier ist ein jump'n'run gut kommt rüber ja ja das 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 bin ich schon ok schneller die kommt wir müssen hier looten bevor sie ankommen das ist das schwein also das ist mein zweiter immer zum schwein wir gehen hier hin wo wo willst du jetzt hin ja gehen wir nach oben 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 ich glaube hier könnte auch was sein der piekst nicht mehr auf hinten ja ich glaube das liegt daran dass wir tatsächlich entweder waren die beiden hier schon oder nein wir waren jetzt nur dein Name da hinten ist der Loot warte mal wir müssen ich hätte bei Major jetzt gesagt da guckst du mal ja 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 wo waren die Seilrutscher die waren doch hier in der mitte ne ganz genau und dann absolut tote Hose krass wir gucken hier wieder hoch vielleicht haben sie auch den du kriegst mehr also kommt schon Leute seid ehrlich zum Major und los Yoshi wart ihr wirklich nicht hier bei den Schweinchen ne ne das waren nicht schweinchen das war kann sein dass man schwein nicht zusammen war wahrscheinlich wirklich alles hinten die ganzen wichtigen Sachen war da hinten bei den der Rakete heiß hier ist grün kann ich auch was looten bevor ich dann offline gehe also ja dann komm her mal zum Major komm her zum Major ich lass dich dann dann seh ich mir das auch mal an von außen bo ech der next loot ist spotted oaaaah weil für mich ist er nämlich jetzt sofort bo feierabend auf der insel ja ne ja aber ich wusste nicht in welcher richtung up auf der insel vor mir sieht schon cool aus mitten cheap bieb 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 so 라고 liga ich gebe sie auch mal es gibt eine errungenschaft wenn du was mit dem metalldetektor und macht auch auf dann kriegst du sogar eine errungenschaft für was muss ich machen einfach linke maustaste gedrückt halten ist es anfängt genau aufbekommen die habe ich nicht bekommen das haben wir bekommen wo er seine hier hat was reicht kriegt das alle an das markieren jetzt oder einfach es kommt es kommt kann kein glück sein ein pech sein manchmal kriegs noch nicht aber manchmal titanärzte hier hinten ist gleich nächste moment hier ja wird grün wird grün ja hier 21 gefunden bist du auch gut oder hast du ja schon ich habe schon im grunde im grunde was besonderes was ist das ein tiki teil ach diese tiki dinger der jetzt ist denn so deko gegenstände die man aufstellen kann dann gehe ich jetzt aber mal runter schon aufs flößchen im grunde ist das jetzt auch eine neue spielmechanik bei bei allen inseln als finden könnten wir auch mit metalldetektor nach nach suchen sehr sexy ich glaube die inseln ist sogar komplett geludelt ich habe noch die abnetz gefunden die sollte jetzt soweit kompliziert sein ja ich gucke noch mal ich glaube noch mal alles ab ich weiß noch nicht das war nur auf den inseln ok dann sag ich jetzt mal bei der stream adios amigas danke fürs zuschauen gespielt haben auch